Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vilo TV. Die aktuelle Weltwirtschaftslage zeigt ganz deutlich, wir erleben eine Globalisierung 2.0. Das bedeutet unter anderem eine stärke Regionalisierung von Wertschöpfungsketten und wachsenden Protektionismus. Wir als Vilo-Gruppe sind auf diese Herausforderung mit unserem seit Jahren praktizierten Region-for-Region-Ansatz bestens vorbereitet. Wir verfolgen damit das Ziel, regionale Kundenbedürfnisse mit regional hergestellten Produkten zu bedienen. Ein sehr erfolgreiches Beispiel für dieses Vorgehen sind unsere Aktivitäten in der Region Amerikas. In den vergangenen Jahren haben wir kontinuierlich unsere lokale Präsenz in Nord- und Lateinamerika erhöht. Heute gehört Vilo USA zu einer der profitabelsten Gesellschaften der Vilo-Gruppe und ist ein fest etablierter Partner in der Wasserwirtschaft und der Gebäudetechnik. Deshalb haben wir als Unternehmensgruppe entschieden, unsere Aktivitäten auf dem amerikanischen Markt noch weiter zu intensivieren und diese in einem zweiten regionalen Headquarter zu bündeln. Mitte des Jahres konnten wir bereits die Eröffnung des neuen Campus samt Produktionsstätte feiern. Es ist sehr wichtig, dass wir regionalen Headquarters in den USA für Vilo-Gruppe denn die USA ist einer der größten Pump Marken in der Welt. Und wir müssen zu verstehen die individuellen Needs der Region und unsere Kunden in der Region, damit wir identifizieren eine Wertproposition, die Systeme und Lösungen auf dem Markt vermitteln. Auch in Mittel- und Südamerika wächst die Nachfrage nach unseren Systemen und Lösungen stetig. Weshalb wir auch hier die Entscheidung für den Aufbau einer neuen Montagelinie in Brasilien getroffen haben. Latin America offers a very promising future for Vilo in all segments. Today we are already very well positioned in industries that are trendsetting for Vilo, such as the mining sector or the irrigation business. In the future we are trying to more and more increase our local added value in Latin America but also with products coming from the US to better serve our customers and partners. We'll check it out. . . Untertitelung des ZDF für funk, 2017